Hallo und herzlich willkommen, liebe Zombie-Freunde. In der letzten Folge haben wir ja den Maiskolben bekommen, aber ich habe gerade überlegt, wir hatten ja auch die Puzzles freigeschaltet. Da könnten wir eigentlich mal gerade gucken bei Wazebreaker. Okay, versuchen wir es. Ja, this here is Wazebreaker. Some of these levels are really difficult. Good luck! Okay, das heißt, wir haben mehrere Level oder wie? Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so rauskommt. Gibt es hier noch irgendwas anderes außer Kürbisse? Anscheinend irgendwie gerade nicht. Setzen wir die mal dahin. Ui, noch ein Kürbis. Guckt mal, ist ja ein Ding. Oh, hier gibt es mal was zum Schießen. Das kommt mal dahin. Cool, da haben wir noch was zum Schießen. Kommt dahin. Oh, nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal das hier. So, dann rüsten wir mal da ein bisschen. Oh nein! Boing hat es gemacht. So, jetzt haben wir doch schon mal in jeder Bahn hier etwas. Du kommst mal da hin, mein Freund. Okay, du kannst hierhin mithelfen. Oh ne, jetzt kommt da oben noch einer. Ich werde irre. Geh weg! Geh weg, du böses Dingens! Hier, nimm dies. Okay. Da oben könnte es ein bisschen eng werden. Los! Kleiner Eisshooter. Oh, jetzt knuspert er den an. Warum kann ich den nicht eigentlich einfach umpflanzen? Ich kann nur auspflanzen. Verdammt! Ich versage hier. Und wir haben keinen Rasen mehr. Ach, kommt schon! Jungs! Jetzt lasst mich nicht im Stich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein! Das gibt es doch nicht. Okay. Da ist der Helm gefallen. Komm, kleiner Eisshooter. Du schaffst das. Ich zähle auf dich. Ach, du Alarm. Komm, der Kopf muss rollen. Bitte. Oh! Okay. Aber geschafft. Aber geschafft, ihr Lieben. Mann, 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 Mann. Was für ein Theater. Oh, Trophy. You've unlocked a new Vasebreaker Level. Fällt mir her. To the left. Aha. To the left. Gucken wir da dann. Oh, oh. Da ist hier hinten eine Reihe frei. Da ist hier kein gutes Zeichen. Hm. Mal gucken. Was wir hier so haben. Ah ja. Okay. Hm. Ich verstehe. Ah, da kommt der erste. Da kommt der erste Spießgeselle. Hier. Was haben wir hier? Okay. Der schießt da. Was haben wir da? Der schießt von vorne. Okay. Dann können wir die mal setzen hier. Das sieht doch ganz manierlich aus. Oh, oh. Kohle. Kohle kommt mit. So. Hm. Ja. Ja. Dann kommst du hier. Das macht doch einen guten Eindruck. Jetzt bräuchte ich aber... Oh nein, ey. Immer dieser kleine Spacken hier. Ähm. Hier hin vielleicht. Okay. Da kannst du nochmal aushelfen. Oh. Jetzt kommen da zwei. Oh. Drei. Es wird als mehr. Kann ich nochmal was zum Schießen hier kriegen? Ich nehme auch gerne was zum Schießen von vorne. Okay. Ich kriege nichts mehr zum Schießen. Dann hoffe ich aufs Beste, dass die drei hier unten das... Ach nee. Da ist ja noch eine Vase. Ach herje. Na sowas aber auch. Fast nicht gesehen. Okay. Das läuft. Okay. Das Nüsschen hat es dann hinter sich. Kohle nehmen wir mit. Dankeschön. Jawohl. Uh. Geschafft. Perfekt. Haben wir jetzt wieder irgendwas freigeschaltet? Jo. You've unlocked a new Waste Breaker Level. Zeig mal her. Third Waste. Aha. Okay. Wollen wir das nochmal probieren? Warum heißt das dritte Vase? Man weiß es nicht. Nüsschen. Was zum Schießen. Aha. Was zum Schießen von hinten. Du kannst gleich da... Nein. 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 Jetzt kommen diese... Aha. Ach, scheiße. Den habe ich falsch gesetzt. Nein. Hilfe. Okay. Ganz in Ruhe hier. Nur keinen Stress. Und dann klappt das schon. Hier brauchen wir mal... Die drehen gleich um. Du kommst mal da hin. Ähm. Nüsschen. Weiß ich auch noch nicht. Hier oben vielleicht. So. Der dreht jetzt schon mal um. Das ist gut. Hier was zum Schießen. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ah ja. Was können wir hier hinbauen? Oh, bitte ey. Macht mich nicht fertig hier. Ich schwöre. Okay. Das sieht gut aus. Ah. Jetzt kommt da wieder einer. Was haben wir denn hier Feines drin? Ähm. Müsste der da nicht umdrehen? Nee. Okay. Der ist down, down, down. Wunderbar. Oh. Du kommst mal hier hin. Oh. So. Nüsschen da. Okay. Machen wir die mal auf hier. Nee. Nee. Da kommt noch... Nee. Das brauchen wir da. Doch. Da ist noch eine Vase. Dann kommt das mal da hin. Okay. Die fallen. Supi. Und der mit dem Helm verschwindet irgendwo im Äther. Oh. Nee. Ja. Ja. Hm. Ja. Nimm dies. Ach. Den hätte ich hier unten noch hinsetzen sollen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Aber ich bin zuversichtlich hier. Der kleine Repeater wird es bringen. Oh nee. Jetzt fress dann ihr da alles auf, Mann. Bist ihr gleich down? Oh. Scheiße. Scheiße. Los, kleiner Repeater. Du hast es doch gleich. Machen um. Machen um. Da fällt der Arm. Komm, der Kopf noch. Bitte. Oh, meine Fresse. Ah ja. Aber geschafft. So. Und jetzt geht es nicht weiter. Ach so. Wir müssen erst den Adventure Mode fertig machen. Was ist das hier? Ei, Zombie? Wollen wir da mal reingucken? Oder? Ach nö. Machen wir ein andermal. Wir gucken jetzt nochmal im Adventure Mode. Und gucken uns, äh, dieses Maiskatapult an. Oh Gott, ey. Kommt einer mit einer Leiter. Da kommt doch einer mit einer Leiter. Wir brauchen den Flower Pot und die Sonnenblume natürlich. Dann nehmen wir die Maiskolben auf jeden Fall mit, ähm, der mit der Leiter. Die sind ja jetzt hier nicht so schwer. Okay, die mit den Hütchen sind ein bisschen blöd, aber das macht nix. Wir nehmen auf jeden Fall das große Nüsschen mit. Ähm, was nehmen wir noch mit? Ich weiß gerade auch nicht. Wir nehmen, äh, den Rosenkohl vielleicht noch mit. Äh, wir könnten was für einen Notfall noch mitnehmen. Das hier und das hier. Hier. Und was nehmen wir noch mit? Hm, 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 hm. Ist eigentlich egal. Ähm, 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 ähm. Hier, Jalapeno. Du kommst auch mit? Okay, äh, let's rock. Let's rock'n'roll, Baby. Äh, so, lasst mich mal scharf nachdenken. Hier. Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Und dann gucken wir gleich mal, wo der kleine erste Spacko kommt. Da kommt er schon, da kommt er schon, da kommt er schon. Quetscht mal Sonne aus hier, Jungs und Mädels. Dankeschön. So, dann kommt das nach hinten. Wenn wir Glück haben, schmeißt das gleich erst mal ein richtig fettes Stück Butter auf den Zombie. Das, äh, würde mir ebenfalls gut passen. Na komm, schmeiß die Butter. Schmeiß die Butter. Schmeiß die Butter. Okay, der Arm ist schon, äh, weg. Das ist super. Ah, da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. Na komm, du bist doch... Ah, jetzt kommt die Butter. Jetzt kommt die Butter. Wunderbar. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir vorne, ähm, schon mal ein bisschen vielleicht aufrüsten und mit den Nüsschen da an den Start kommen oder so. Weil wenn die mit der Leiter kommen, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Brains. Brains. Jo, jo. Mach du mal Brains. Brains, Brains, Brains. So, das steht schon mal so weit, könnten wir hier schon mal einen Rosenkohl-Pult hinsetzen vielleicht. Ich hab das ganz gern hinten in den letzten Reihen. Blüm, blüm. Ja, 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 da kommt schon einer mit Hut, da werden wir gleich Verstärkung vielleicht mal, hm, hier. Und da, nee, 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 noch nicht den, äh, Topf. Noch nicht den Topf, das, äh, bringt noch nichts. So, hier, letzte Reihe, machen wir zu. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt ein bisschen sammeln vielleicht, äh. Ah, kommt, kommt, gibt Sonne. Gibt Sonne. Setzen wir hier oben auf jeden Fall schon mal eine Nuss. Oh, eine Nuss. Ach, jetzt kommen die ja überall schon, ey. Kann ich denn noch mal mehr Sonne kriegen, Kinders? Ist aber hier wieder echt. Ah, die hat so lange Abklingzeit. Das ist aber, äh, nicht gut. Dann kommst du erst mal dahin. Dum, 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 dum. Könnten hier mal den Squash setzen. Erst einmal. So, hier haben wir doch schon mal gleich die Nuss wieder fertig. Kommt dahin. Kommt mal her. Sonne, Sonne, Sonne. Hier aufrüsten. Der Squash ist total hier schon in lauer Stellung. Ups. Da ist er weg. Mädels. Quetschen. Hier. Seid da nicht so langweilig immer. Mann, Mann, Mann. Dun, 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 dun. Brains, Brains, Brains. Hier, bitteschön, eine Nuss dahin. Oh, brauchen wir noch zwei Stück. Und jetzt kommt aber gleich schon eine Welle. Ach, 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 ach. Na gut, aber der Squash ist bereit. Dann kommt er erst mal hier hin. und wenn die Mädels hier mal ein bisschen quetschen mit der Sonne, dann kriegen wir vielleicht... Oh, cool. Der mit der Leiter kommt direkt da, wo das Nüsschen ist. Das passt mir ja gut, mein Freund. Ne? Ist der jetzt da drüber? Alter, der ist da drüber! Ich dachte, der kommt nicht über die großen Nüsse. Ne! Wie unfair! Ne, hier. Bumm. Tschüss. Oh, wie gemein. Wie fies ist das denn? Freunde der Nacht. Aber ich setze die Nussreihe da jetzt trotzdem. Das ist mir jetzt gerade... Kann ich jetzt da nicht halten, ne? Die Nussreihe kommt hier hin. Ah, da klettert der echt nicht... Oh, Mann. Wie gemein, ey. Aber es nutzt ihnen nichts. Es nutzt ihnen gar nichts. Mal gucken, wie machen wir das denn jetzt mal am gescheitesten hier. Ich weiß es auch gerade noch nicht. Ja, dann könnten wir vielleicht hier nochmal so aufrüsten. hier alles mit an Sonne, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Bisschen Zeit zur nächsten Welle haben wir ja noch. Äh, hier. Komm mal. Komm mal, du da hin. Da kommt einer durch, ne? Sehe ich ja jetzt erst. Das ist aber doof. Jetzt frisst er an meinem... an meiner Sonnenblume. Alter, hör auf damit. Du dummes Stück. Hier, mach um, mach um, mach um. Ach, der war schon um. Alles klar. Äh, was für ein Stress, ey. Ach ja. Wieso ist da unten kein Nüsschen mehr? Ist einer weggefressen hier? Wo ist es denn wahr? Aber so müsste aber jetzt gehen hier. Jetzt habe ich aber hier gleich drei Reihen voll mit, äh, schießwütigen Pflanzen. Das wird ja wohl möglich sein hier. So, da oben einer hin. Die Sonnenblumen quetschen einfach nicht genug Sonne aus. Also, das ist, äh, skandalös. Ganz ehrlich. So, gib mir noch mal einmal Sonne, bitte. Oh, komm schon. Mensch, ey, eine Sonne. Donnerwetter aber auch. Kann doch nicht so schwer sein. So. Gut. Ja, ich möchte da unten ganz gerne wieder eine Nuss haben. Trotz allem. So, bitteschön. Da, da, da. Dann packen wir hier ein Squash hin. Das sieht ganz gut aus. So, hier vielleicht noch mal aufrüsten. Dum, 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 dum. Ja, ja. A huge wave is approaching. Dann approach mal. Bin gespannt. Und die Jalapeno ist auf jeden Fall ready. Ready to take off? Oh, nein, ey. Ist doch wohl nicht euer Ernst hier. So. Du gehst mal da rein. Bums. Und ihn hat sie in der Luft hier zerrissen. Ja, auch schön. Auch schön, kann ich da nur sagen. Okay, ich glaube, das läuft. Oh, da ist ja noch einer mit einer Leiter. Ach, der ist auch weg. Blöd gelaufen für dich, mein Freund. Tut mir aber leid. So, okay. Dann sammeln wir noch ein bisschen ein und warten, bis der letzte fällt. Und was haben wir denn da bekommen? Lasst uns doch mal gucken. Eine Kaffeebohne. Kaffeebean. Plant it on a mushroom to wake it up. Äh, auf den Pilz? Heißt das, wir müssen jetzt wieder in die Nacht? In die Nacht, in die finstere. Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Und bis dahin, eure Trin. Bis dahin. Prima. Dann bis dahin, eure Trin. feelings pain 趣